Entschuldigung für die Unterbrechung. Jetzt bin ich wieder da. Ne, Moment. Moment. Ich kann ja einen Folgencut machen. Ich volldepp. Also sind wir jetzt in der dritten Folge. Willkommen zurück. Ja, ist auch echt. Ich bekomme Erfolg. Ich glaube, dass ich... Was kommt da her? Ihr Feiglinge. Alter, scheiße. Der ist ja echt nicht zumutbar. Ja, greif noch schneller an. War so klar. War so klar. Was soll man machen? Was soll man machen? Wenn diese fetten Typen einfach... Und dann mit einer Fol... Der ist doch... Ach ja. Habe ich schon gesagt. Willkommen zur dritten Folge. Bestimmt. Auf jeden Fall habe ich gerade einen Erfolg bekommen, dass wir alle Aufträge bekommen haben. Jetzt haben wir ein paar Sachen freigeschaltet. Weil wir alle Aufträge geschafft haben. Das kann ich hier noch getrost ignorieren. Ich versuche einfach mal, die Waffe beizubehalten. Alter. Sollen wir das schaffen, Alter? Ja, und vorbei. Der ist so... Ey. Der ist so assi. So assi. Ja, los, mach ich ne. Ich hab ja auch hier echt... Boah, ich kann Messer werfen. Ja, und die Wurfpfeile bringen mir auch nix, weil ich ja... Nicht von oben angreifen kann. Meist mal aus schlauer Art und Weise. Jetzt müssen dann nur diese dicken Typen weg. Mehr nicht. Nee, war eigentlich klar. Von der Seite aus. Moment. Ich kann ja hier hoch. Oh, scheiße, sind hier viele. Moment. Nee, das zählt nicht. Scheiße. Naja. Damit kann ich... Okay. Okay. Oh, das ist klar. Oh, das ist klar. Oh, das ist klar. ja klar ich bin so down wie soll man das schaffen so behindert sind viel zu viele leute viel zu viele leute und ich habe viel zu moment 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 ich glaube ich ich glaube ich weiss wie man es schaffen kann gedankenblüts und ciao und weg mit dir gucken behalte ich die bei mir wenn ich siehst du da glaube ich wieder runtergeplumpst verdammt aber dann könnte ich könnte ich dagegen schießen und weg damit so hoch so so Du wirst jetzt sterben! Und weg mit dir! Hoffentlich springt er sich noch selber in die Luft, Alter. Und weg mit dir! Der Vollidioten, ey. So machen das hier Profis. Hol ich mir aber gleich ein paar Sachen. Ah, da ist die letzte Schmugglerschätztruhe. Bam. Yeah, alle Schmugglerhöhen geplündert. Oder Truhen. Eins, zwei Beine. Okay. Okay. Und Insel, Akzept. Aber die Beine hole ich mir auch noch. Wird ja nicht so schwierig sein, wenn der Dicke weg ist. Habt ihr verdient! Oh, der hat was für mich. Wahrscheinlich nur, weil ich hier die ganze Zeit neckig rumlaufe. Sonst könnte ich mir nicht vorstellen, dass der irgendetwas für mich hätte. Ja, ist auf jeden Fall cool. Cool gemacht. Schöne Abwechslung, dieses Ding. Oh, und dann sind wir... Na, ist cool. Ist auf jeden Fall cool. Ich sag ziemlich oft, da ist es cool aus. Aber es ist cool. Ist wirklich, ist wirklich geil. So, dann fehlt uns nur noch das hier. Muss ich mal markieren. Sonst finde ich das wahrscheinlich gar nicht. Und dann fehlen uns nur noch drei Schatzkarten. Dann hätten wir es. Dann hätten wir es geschafft. Oh, ich hätte in einer kurzen Pause was trinken sollen. Ich bin total trocken. Und wir sind erst bei 8 Minuten. Aber wir fahren ja ein bisschen. Gleich ich einfach der Musik ein bisschen hören und ich mache mich ein bisschen leiser. Aber davor... Wohl, der ist hinter mir. Ne, 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 ist mir egal. Also, bis gleich. Und wir kommen zurück. Das ist Quatsch. Und ich bin wieder da. Raus auf den Wind! Ja, so ein Schluck Wasser tut echt gut. Und ihr habt ja nur so kurz so ein Blubblub gehört. Kleine Blöde, dass ihr das draufklicken auf den Knopf hört. Weil er ja ziemlich nah am Mikro ist. Ich hoffe zumindest, dass es deswegen ist. Ja, jetzt bekommen wir die Erfolge, dass wir überall fahren. Oh, schon vorbei. Naja, aber zwei Erfolge sind zwei Erfolge sind zwei Erfolge. Und das sind auf jeden Fall zwei Erfolge. Ich würde sagen, wir gehen so lang, so. Und so, und dann hier, äh, so. Wahrscheinlich sind wir jetzt sowieso wieder Haie. Und... Ja, und Haie sind scheiße. Ja, da oben haben sie schon jemanden gekillt. Das ist immer sehr aufmunternd. Wenn man dabei zugucken kann, wie einer gekillt wird. Wie man selber noch dadurch muss. Ähm... Ich finde hier gar keinen Eingang. Was? Wie kann der mich denn hier nochmal sehen? Noch hier... Geschützt. Verzeihung. Ja, super. Nee, das wird nix. Das wird sowas von überhaupt nix. Oh, scheiße. Komm schon, hier wollten wir uns nicht sagen, dass ich schon wieder entdeckt wurde. Nee. Ja, ist aber auch nicht besser. Ha! Flip! Hälter! Da hat man doch überhaupt keine Chance. Oh, ein Plan. Oh, ich hab'n Plan. Oh, Elite-Ramsporn. Das ist nice. Na ja, game over. Das war irgendwie klar. Ich glaub', das wird bei dieser Ebene noch öfters passieren. So. Ja, weck mich Maaan Wenn wir raus sind, holen wir uns erstmal den Elite-Rammsporn Und wir einfach richtig geil aussehen Damit sich das hier auch in irgendeiner Art und Weise gelohnt hat Aber ich hätte gedacht, dass die irgendwie in den letzten drei Schatztruhen drin sein werden Weil uns fehlt noch drei Truhen und drei Pläne Also, ne? Da muss ich rein Aber da hat der Hype wohl was dagegen Ah, da ist die Truhe Und? Yeah So, vier Sachen noch, dann hab ich's Och, endlich Nein Ich muss Ah, ne, muss ich nicht Ich kann auch da durch Ich werde da mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit nochmal drauf gehen Das ist aber merkwürdiges Wasser Oh, oh Papistisch Dass man nicht mal kurz ausharren kann Nein Und wird dann gleich weiter angegriffen Ja, wenigstens hab ich hier schon mal eine Truhe Da, ich muss da rein Ach, nochmal Glück gehabt So Fehlt mir übrigens nur noch ein Fragmentchen Yeah Das markiere ich mal Weil ich glaub, da ist über mir Nicht unter mir Ja, sieht ganz so aus Aber ich guck mich trotzdem besser genau hier oben Bevor es nicht so ist Ja Da oben ist es Ihr kriegt mich niemals, ihr Schweine Yeah Denn ich schwimme viel zu hoch für euch Nicht Ihr kriegt mich trotzdem nicht Oh, wow Ha Alle 200 Fragmente gesammelt Oh, ich bin so ein Pro Du, 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 du Alter, wie viele Absterker-Erfolge ich jetzt freigeschalten habe No, nice Oh, das war ein bisschen Oh, ne Alle 200%, alle Truhen Alle Fragmente Alle Aussichtspunkte Ähm Ach ne, die anderen waren nochmal Nachfolge Weil das Noobs war Nihihihi Kann ich hier schon Upgraden? Kann ich das? Kann ich das? Nein, kann ich nicht Aber ich kann es mir angucken Hohohoho Schwert Gibt es immer noch kein besseres Aber bei der Pistole, da gab es eine bessere Nämlich die hier Die kann ich mir nämlich jetzt Kaufen, holen Für die Beendigung aller Marineaufträge Äh Da muss ich ja erst kaufen Ne, steht einfach nicht verfügbar Aber ich hab doch alle Marineaufträge Was will denn der von mir, Alter? Ach ne Stimmt ja, mir fehlt ja noch einer Hier Der fehlt mir ja noch Ah Aber der wird mir jetzt angezeigt Dann machen wir den nochmal Aber das erst in der nächsten Folge Bis dahin Tschüss.